Herzlich willkommen zum Einleben-Tutorial zum Thema Wie sind die Unterrichtsphasen in Einleben umgesetzt? Mein Name ist Greta Wonneberger, ich bin Trainerin für Wissensvermittlung und ich habe für die Heinrich-Böll-Stiftung das Unterrichtscurriculum zu Einleben geschrieben. Meine Tutorials richten sich an Lehrende, die Einleben einsetzen möchten und mehr über digitales Lehren wissen möchten. Das digitale Spiel Einleben kann nahtlos in die klassischen Unterrichtsphasen eingebunden werden. Diese sind typischerweise Einführung, Erarbeitung, Sicherung und Transfer. Mit Einleben wollen wir den Begriff der sozialen Herkunft im Unterricht einführen und Denkanstöße geben, wie die eigene Zukunft selbstbestimmt gestaltet werden kann. Dabei gehen wir induktiv vor. Wir erarbeiten uns den Begriff also ohne ihn zu Beginn zu benennen oder zu erklären. Der Begriff der sozialen Herkunft ist stattdessen unser Zielpunkt. Zur Einführung erarbeiten wir zunächst den Begriff Zufriedenheit. Die Schülerinnen und Schüler sollen benennen, welche Faktoren aus ihrer Sicht zu Zufriedenheit führen. Fragen für das Unterrichtsgespräch finden Sie im Leitfaden zu Einleben unter www.einleben-spiel.de Die Unterrichtsphase der Erarbeitung besteht nun aus dem digitalen Spiel Einleben. Zur Überleitung können Sie verdeutlichen, welche der gesammelten Zufriedenheitsfaktoren im Spiel auftauchen und welche nicht. Die Erklärungen zur Funktionsweise des Spiels finden Sie im Leitfaden. Sofern jeder Schüler und jede Schülerin ein eigenes technisches Gerät zur Verfügung haben, handelt es sich bei dem Spiel um eine Einzelarbeit. Feedback über den eigenen Erfolg liefert das Zufriedenheitsbarometer im Spiel. Die Unterrichtsphase der Sicherung findet plenar statt. Jetzt wertet die Lerngruppe ihre Ergebnisse gemeinsam aus. Erst zu diesem Zeitpunkt erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass es bei dem Spiel eine Gruppenzuteilung gab, die über die Menge der Ressourcen bestimmte. Nun kann gemeinsam analysiert werden, worin Erfolge und Herausforderungen im Spiel lagen. Einleben bietet dazu verschiedene Auswertungsansichten. Besonders interessant sind die Auswertungen nach Gruppen. Sie zeigen an, welche Spielerinnen und Spieler trotz vieler Ressourcen einen niedrigen Zufriedenheitswert erreicht haben und welche Spielerinnen und Spieler trotz weniger Ressourcen ein gutes Ergebnis erzielt haben. Dies verdeutlicht die eigenen Entscheidungsspielräume, die unabhängig von sozialen Herkunftsmerkmalen bestehen. Die Unterrichtsphase des Transfers wird anhand von realen, aktuellen Statistiken zum Thema soziale Herkunft umgesetzt. Die Statistiken können Sie direkt über Einleben anzeigen oder als PDF ausdrucken. Sie können in Gruppen oder gemeinsam bearbeitet werden. Für den individuellen Transfer steht das Arbeitsblatt Mein Leben zur Verfügung. Dies finden Sie ebenfalls im Lehrmaterial unter www.einleben-spiel.de Damit können die Schülerinnen und Schüler reflektieren, welche Schlüsse sie aus der Unterrichtseinheit für die eigene Lebensplanung ziehen. So sind also die Unterrichtsphasen in Einleben umgesetzt. Zur Einführung reflektiert die Gruppe über ihre Ideen zur Zufriedenheit. Die Erarbeitung besteht im digitalen Spiel selbst. Zur Sicherung analysiert die Gruppe Spielergebnisse, die in Form von Zufriedenheitswerten vorliegen. Und zum Transfer überträgt die Gruppe das Spielergebnis auf gesellschaftliche Herkunftseffekte anhand von Statistiken. Und die Spielerinnen und Spieler reflektieren individuell Schlussfolgerungen für die eigene Lebensplanung. Weitere Informationen zu Einleben finden Sie unter www.boell.de Das war das Einleben-Tutorial zum Thema Wie sind die Unterrichtsphasen in Einleben umgesetzt?